guten morgen leute ich bin gerade erst aufgestanden aber ich habe extrem krassen bock auf 4 3 und die werde es auch weiter spielen einfach mal und ich glaube zu wissen dass es jetzt der fünfte part ist so ja es ist der fünfte part und ich habe eben gerade aus versehen kurz weiter gemacht und also ich bin nicht weiter gerannt aber ich habe aus versehen vergesst posern zu machen und da hat mir Vettel gerade gesagt dass wahrscheinlich die Flucht aus diesen Slums nur über mithilfe eines Helikopters uns gelingt also müssen wir uns wahrscheinlich ein Helikopter schnappen so ich werde denn auch gleich mal weiter ausgemacht diese Zeit jetzt wird es wird es sein blau sind aber jetzt egal auf jeden Fall mal ich den Sound mal noch leiser weil ich habe letztes Mal mitbekommen der Sound ist immer noch zu laut nein so so ich denke das haut jetzt ganz gut hin auch gut beschäuern das das ist das ist einfach viel zu früh das ist einfach das kommt mein skill hier kommt noch zu euch was das irgendwie ist gerade alles explodiert und so keine Ahnung warum egal nochmal so viel ist ja nicht bis jetzt wahrscheinlich würden wir mit einem Helikopter fliehen können das meine ich gerade und ein Scharfschützen mehr was lege ich denn dafür weg auch so ich weiß nicht ich glaube ich bin es nicht dauerhaft das 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 die können ja gut zielen Alter ich dachte er läuft jetzt weiter mein gott ich bin so schlecht leute das was ach komm schon so muss der letzte da der hat nicht seinen beschissenen Arm abgesprengt wer hat nicht jetzt noch gesagt also muss er hier unten hier noch sein na egal wenn er sich da er muss hier drin sein naja egal ach da wo würdest du denn so ach mensch Leute, der Wecker das vergesse ich immer und immer wieder dieser blöde Wecker Mann, 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 Mann ich denke mal jetzt nachdem so viele Gegner kommen so jetzt nachdem jetzt wahrscheinlich so viele Gegner kommen wird bestimmt gleich wieder eine gruselige Zähne kommen irgendwas gleich passiert aber die richten Leute ja recht hier hin, richten hin ach ne, passt so doch nicht ach komm ey die hat sich eben gerade alle gleichzeitig obi dreht und auf mich geschossen was macht was haben die er hat sich denn gerade bewegt dieses Holztag oder so oder naja egal vielleicht bin ich aber auch einfach nur geistig verwirrt alles klar scheiße, scheiße rücke vor naja ach so, man kann es kaputt schießen ich bin getroffen oh, Alter, wie viele sind denn da noch ein Mann gefallen bei der Tür wie können die wissen, dass ich bei der Tür bin Mann ey, ich bin jetzt auch ne ganz kleines bisschen hängt das Spiel auch nach keine Ahnung warum dabei hat es gar nicht so hohe Anforderungen deswegen fällt es mir teilweise auch ein bisschen schwer zu zielen also gut zu zielen Munition Munition hm hm äh, ach hier geht's doch ok ok ooooh bixer bixer das sind ein paar Schweine ist der tot zudem ein 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 so so angreif trupport jetzt viel Prozent nicht wirklich sehr gut Prozent gemacht sehr gut erledigt erfolgreich abgeschlossen nicht erfolgreich Prozent also Prozent also man hält aber viel weniger aus als in den Teilen der Form ja auch wenn man jetzt diesen Blatt ist mir hat dann müsste man gleich mehr aushalten zu müssen aber man geht ab und man ist halt schneller wieder voll aber im ersten Seller kommt man sich die Menge laufen und Ball hat ja noch auch auf dem höheren Schwierigkeitsgrad und und hier ist man aber ziemlich schnell dauer muss man relativ schnell in Deckung gehen naja soll uns nicht weiter stören das ist ja absolut nicht schlimm man muss dann halt ein bisschen mehr taktisch vorgehen statt durchzurennen aber ich liebe durchrennen durchrennen macht fun Kommando Charlie 2 6 benötige voraussichtliche Ankunftszeit für Mecha-Unterstützung Ringmafile 3 ist unterwegs um Mecha-Unterstützung zu bringen äh Mecha-Unterstützung jetzt kommt so ein fetter Roboter er ist hier wachen zwei Schuss halten sie den Körper aus interessant zu wissen ich glaube hier kommt jetzt bestimmt zu wow so viel zum Thema unproblematische man ey das gibt's doch gar nicht das sind mich oder ja uuuh wie mach ich den jetzt fertig verdammt die sehen ja jetzt anders aus wow alter ah ok Raketen mehr fahren nicht schlecht könnte ich jetzt auch ganz gut hoch auch zuerst aus Waffe gewechselt das war die ganze Soldaten zuerst nachdeutsche Wolken es gibt so gar nicht wo ist der ach kommt fick dich Habe ich jetzt getroffen, oder? Ich glaube, ich habe daneben geschossen. Ach, jetzt habe ich so eine Stunde Granaten. Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich das Granatmexel. Gut, die gehen ja schnell, ich dachte, ich brauche ewig lange wie im ersten Teil. Wow, 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 was zum... Und wo kommt das denn? Von da oben. Ob man dieses Plakat abschießen kann da hinten? Na, egal. Hm, naja, lass weiter. Oha, was zum... Manchmal werde ich aus nichts irgendwie abgeschossen. So, ich werde dann jetzt auch gleich den Impact Band, wenn nicht... Ich wasche jetzt hier einmal kurz lang. Oha, der Schwein, ey. Oha, der Schwein, ey. Wo ist er? Oder ist er... Ja, komm, fick dich. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. So, ich werde jetzt aber eben mal schnell... Ah ne, mal im nächsten Part gucken, wie ich Granaten wechsle. Ich denke mal, das wird... Ja, irgendwo... Stehen. So, und ich glaube, ich bin jetzt auch die Part. So, der Decker aus. Und, ähm, ich hoffe, wir, ähm... Äh, besser gesagt, ihr schaltet zum nächsten Part wieder ein. Part... ...6. Genau, Part 6 ist der nächste Part. Und, ähm, ich, ja. Denn, äh, bis der ne Tütlü. Ja, denke mir, wartecke, soPR, wie die Hände. Ja, ichstanding nosotros. Jäk los malabend levels. Ja, ja, ich bin hier... Ich bin warte. Ich bin mal ein bisschen besser gesagt. пример lite desarroll äLst. Sondernいうmaßelни nervous. Und wir, wie kommen wir gleich alleine bei den Anflaros. Vielen Dank.